An den Start geht die 530 Ligretto, vorgestellt von Jana Exner, für die Reitgemeinschaft in Börsau und Sandhausen. Die Reitgemeinschaft in Börsau und Sandhausen, für die Reitgemeinschaft in Börsau und Sandhausen, für die Reitgemeinschaft in Börsau. Die Reitgemeinschaft in Börsau und Sandhausen, für die Reitgemeinschaft in Börsau. Die Reitgemeinschaft in Börsau und Sandhausen, für die Reitgemeinschaft in Börsau und Sandhausen, für die Reitgemeinschaft in Börsau. Die Reitgemeinschaft in Börsau, für die Reitgemeinschaft in Börsau.